Hi und Willkommen zur nächsten Folge Minecraft Bevo. Scheiße, jetzt habe ich meine Titel von der letzten Folge weg geschmissen. Ja und zwar werden wir jetzt in den Mieter gehen und ein bisschen Arbeit und Tobike fahren. Hier, 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 hier. Ah ok, Desperal habe ich sogar noch offen gelassen. So. Ok, wo ist A? Da ist P, da ist A. Wenn dann mal gespannt, wie lange wir brauchen, um Arbeit und Tobike abzubauen. So. Oh, was ist denn? Ja. Geht sogar relativ schnell. Wie schnell geht das da her? Ja ok, nicht so schnell. Ich denke kurz gerade das. Genau. Es hat halt etwas gesehen. Wir So, so, Aditi. Komm her, mein Geliebis Aditi. Machen, da ist Kobalt. Kobalt, 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 Kobalt. Ja, okay, dann lass ich mal den Hohl. Ich sammle jetzt lieber mal das Hohl. Da unten in den Hohl. So, so. Und ich hatte schon Angst, dass der so selten ist. Okay, gut. Es ist halt jetzt Glück. Aber dann auch, mir gefällt mein Geliebis. So, so, so. So. Hier, Kobalt. Au. Alter, wie viel Kobalt hier einfach ist. Shit. Okay, überlebt. Zum Glück. Was ist denn hier viel noch? Schaufel, Axt und Schwert. So. Für Schwert kann ich jetzt Quart getauchen. Ich bin noch fern vorbei. Und warf. Und lebe auf. So, hier, hier. So. Wo ist jetzt das andere Kobalt? Ein PlaceBarner? Irgendwo hier war doch noch das Kobalt. Aber das ist nicht das Kobalt, was ich besucht habe. Werde ich schon finden. Mal sehen hier. Was ist denn hier? So. Okay, dann muss es doch irgendwo noch vorbei zu finden sein. Ja, das habe ich besucht. So. Mal sehen. Ich sehe es sonst noch irgendwo. Kobalt, oder? Die nette Füße. Die nette Füße. Noch mehr Kobalt. Aber ja, stimmt. Ich brauche jetzt Arbeit. Noch mehr Kobalt. Weiter. Dann, dann, au. Au. So, dann, so. Sobald, aber da will ich mich jetzt nicht hochbauen. Wart kann ich noch getauchen. So. Nochmal A-Di. Komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus. Komm raus. Irgendwo muss doch noch mal A-Di sein. Nein, aber dafür Kobalt. Ja, okay. Ja, okay. Das müsste eigentlich auch lang. Aber A-Di scheint entweder seltener zu sein wie Kobalt. Oder aber es wurde schon mehr A-Di abgeframt als Kobalt. Das kann natürlich auch sein. Oder weites. Da ist doch noch A-Di. Okay, das nehme ich jetzt nicht. Nur keine Angst, A-Di. Ich werde euch. Ja. Da, 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 da. Okay. Nein, leider. Thereh läge. So. Go. Come. So. Okay, go. Stop, time. Da, stop, time. und so, 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 so ein Einzelkappel, so, also ist hier, und wusch. Ja, okay, jetzt dürfte ich den Inmaterialien haben, und wir den... Mal schauen... Zum Glück geht es nicht genau. Achso, ja. Dann kurz schauen, was ich für die anderen Sachen machen. Das war in Volume 2. Ich glaube schon. Volume 2 oder... Okay, es war 3. Oder 1. Ich glaube 3. Hier. Ja, okay, es war 1. Volume 1. Okay. Oh, jetzt war's. Was? 2? Bitte. Ja. Mal schauen. Und... Okay. Okay. Mal schauen. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 6. 5. 4. 9. 6. 5. 7. 9. 12. So, dann mal schauen, wir fangen hier Cobalt, Alimalt, Obsidian, Millennium, daraus soll hier die Plate bestehen. Fangen hier, dann kann die Plate schon zurück, das mache ich aus Cobalt, oder? Nein, die Tool Rod mache ich aus Cobalt. So, und nun das mache ich aus Alimalt. So, hier, das tue ich zurück. Ja, okay, ich brauche da noch kurz, hier, ein normales Schwer. Bisher macht es vier Herzen. Neun Attack Damage, neun. Zehn. Schade, ich habe es bisher nur auf Elter Attack Damage bekommen. So. Dann brauche ich wieder kurz Ball of Moss. Wenn man das kommt da nicht rein. Ball of Moss, ja. Hier mache ich schon weiter. So, so, so. Mal schauen, was wäre denn sonst noch sinnvoll bei einem Schwer? Slimey Crystal. Sobald alle. Slimey Crystal. Slimey Crystal. Dafür bräuchten wir Blade Powder. Okay. Halte mal was da. Ich frage mich, ob das auch auf Schwert geht. Rotten Flash, Dirt und Throne Blir. ja ja und bauen irgendwo muss ich doch auch nie gehabt haben halt mal zu dann kleiner test ob das auf mein schwert mal sehen wo ist mein schwert mein schwert ja ja geil das geht ja ok dann wartet mal kurz wieviel passt da von dem 36 ok gut soviel kann ich glaub nicht machen oder doch kann ich sogar machen halte ja ok ich glaube es scheitert an ja aber nun gut nein wieso na so 17 dann macht es zumindest paar Schaden paar Herzen mehr dann bricht das paar mehr herzen ja ok währenddessen tue ich mal eine Schaufel bauen für eine Schaufel brauche ich Schaufelhead und Toolboard Toolboard habe ich noch im Inventar Schaufelhead hier so so das mache ich aus das Mamylium so und die Toolrod mache ich mal aus dann obsidieren obsidieren nein halt äh nein top halt ja so dann kann ich nein hier schaufeln so zuerst den Kopf dann so Mamylium also hoch dann muss da natürlich auch noch Auto Repair drauf so so oh das ist durchgebrannt so mal schauen davon habe ich nur noch sechs Kleiner Test, wie schnell Kabel geht. Ja, okay. Das geht. Halt mal nicht. Ja, okay. So, so, so. Okay. Tüssel, kurz umtüsseln. Wartet mal kurz. Achso, dafür brauche ich nochmal einen Stein. Okay, ist ja schnell gemacht. Dann kann ich währenddessen... Oh, dafür brauche ich den nochmal einen Kalister. So, so. Dann kann das für ruhig vor sich hin parten. So, dann kann ich jetzt kurz mein Schwert... So, so, so. So, so, so. Okay, dann... Bonus gegen Untoder. Eins bis zwei hat. Ja, okay. Ich bin zufrieden mit dem Schwert. Also, dann würde ich was sagen, wenn euch dieser Werkzeugpartgift. Wobei, wisst ihr was? Ich mache etwas länger, aber dafür tue ich dann noch... Da, 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 da. Ich kann ja schon mal... Pickets... Ja, Axt, Axt... Lumber Eggs. Nein. Ja, okay. Ich tue die Lumber Eggs... Lezę. Pets Script. ...Nine. Hier Lumber Eggs. Ext had. Latchblade. Tue Brod. Tue Brod. Tue Brod. Magein... Tue Brod. Tue Brod. Tue Brod. Hier, Ext head. Tue Brod. Tue Brod. Wartet mal kurz. Large Plate noch. Large Plate hier. 8, 3, 1. 8, 3 und 1. Da geht von irgendwas noch. Ja, Manilien. Ja, okay, ich hab noch genug. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Da, da, da. Pi. 3 das kann ich das kann ich bloß noch ok was habe ich was und nun das so da kann ich nein halt ich kann ja kein redstone mehr drauf haben weil ich kein redstone mehr habe dann muss ich wohl wiederholen da 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 hier aber ich kann sie zumindest schon mal ja hier da 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 so ein Mossball ja ok dann tue ich gleich mal die folge die ich schon aufgenommen habe schneiden da 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 dafür braucht man den fortgeschrittenen ok so dann muss ich kurz schauen wie man nochmal den fortgeschrittenen baut da da dafür brauche ich volume 1 ja ok ich verwende dafür meine einzelnen hoffentlich hat er noch welche sonst hoffentlich hat er noch welche sonst mal nochmal da ja ok ja ok wie erstellt man noch mal hier hier jetzt lit hier wir ist da Ich kann es nicht machen. Gravelle, 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 Aufkommen raus. Irgendwie konnte ich nochmal Gravelle erzeugen. Ok. Ok. Dann. Komm schon, da muss doch Gravelle dabei sein. Bitte, bitte, bitte. No. Gravelle. Wir brauchen kurz wieder... ...Kabel. Shit, mein Inventail ist ja voll. Ja. Was kann ich kurz wegschmeißen? Bitte. Ja, ok. Das meiste 40 Sekunden hinweg. So, hier. Wo haben wir es jetzt? Ja, hatte. Scheiße. Falsch. 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 So. Ja, aber dann beende ich erstmal diese Folge von... Mannschaft Devo. Wenn euch der Part gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Und in die Kommentare schreiben, was ich verbessern kann. Schaut in die Videobeschreibung. Da findet ihr Links zu einem Eischuss. ...Social-Media-Seiten. Und meinen... Den... 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 Den anderen zwei Mitspielern dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. !